Grüß euch, ich bin der Patrick. Ich möchte euch heute das neue Moondraker Crafty Air Carbon vorstellen. Bei dem Radl haben wir eine ganz spezielle Eigenschaft mit verbaut und zwar das neue Mainz-System. Wie man sieht, man hat da Sensoren drinnen, also vorne an der Gabel und am Hinterbau. Das Ganze ist ein super System. Es ist eine App-gesteuerte Fahrwerkseinstellung im Prinzip. Man braucht sich nur die App Avalona, da gibt man seine Körperdaten rein und dann schlägt dir das System im Prinzip schon mal vor, wie du das Setup Grund einstellen sollst. Das heißt Luftdruck, dann haben wir Rebound zum Einstellen und High Speed und Low Speed Compression. Es ist schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt für das, dass man Serral Grund einstellt, was aber auch noch ganz cool ist bei dem System, egal ob du jetzt auf der Straße fährst, ob du jetzt eher mehr im Gelände fährst, du kannst dir dein Fahrwerk jedes Mal individuell anpassen an die Strecke, was du fährst. Das heißt, du fährst die Strecke einmal bergab, also wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt auf den Trail das Fahrwerk perfekt eingestellt haben für das, fährst du den Trail einmal runter und im Prinzip im Nachhinein wird das Ganze ausgewertet und gibt dir dann Vorschläge, wie du dein Setup nochmal optimieren kannst. Und das ist ein super System, also super interessant für Leute, die sich da sehr viel auseinandersetzen mit Fahrwerkseinstellung und hilft dir auf jeden Fall das Ganze zum Feinfachen. Das Ganze ist verbaut bei die Crafty Air, beziehungsweise bei den Carbon-Modellen und ist wirklich eine super Sache. Probiert es aus, schaut es euch auch bei uns im Shop und schaut vorbei.